Wunderschönen guten Tag zusammen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TTT mit Bram, Chris, Dalu, Peter, Sepp und... Wunderschönen guten Tag! Hallo! Hallo! Unsexy, beziehungsweise... Oh, Jay ist tot! Okay, Dalu ist direkt bei mir! Ich lebe! Jay ist gestorben, bevor die... Ich lebe! Ah, bist wiedergekommen! Oh, Jay hat den lehepert! Das war ganz schön knapp! Äh, ne... Second chance! A second chance! Ebenso gebrockt! Schade, ich hab eigentlich auf C gerückt, um was kaufen zu können. Das blöde ist... Keine Waffe! Das ist echt scheiße! Dalu hatte sich auch in der Ecke versteckt, weil er glaub ich gehofft hat, dass er Traitor ist. Am Anfang der Runde... Hat sich aber dann direkt bewegt, als er mich gesehen hat. Wann ist das? Äh... Habt ihr noch nicht gesehen, wie geil die Map ist? Hallo? Wie heißen die nochmal? What the fuck? Peter hat sich gerade von mir verpisst. Das ist die Cloedo-Map in dem 2018er Remake! Jaaa! Supergut! Kronleuchter sehen nämlich viel besser aus, die jetzt runterfallen können. Woher weißt du, dass die jetzt runterfallen können? Peter, Peter, hast du das? Ah, wollte ich auch mal sagen! Peter? Christian... Peter? Peter hat sich gerade gemacht! Peter hat sich teleportiert! Ja, Peter teleportiert sich hier die ganze Zeit rum! Ja, der ist Magician! Wahrscheinlich. Hard am Troll! Ich würde gerne wissen, warum Christian weiß, dass die Kronleuchter jetzt runterfallen können. Konnten die doch vorher auf die alten Map drauf! Ja, aber er hat gesagt, die jetzt... Jetzt will ich das nicht mehr langlaufen! Ich hab da echt nicht mehr drüber nachgedacht! Ich hab gesagt, die sehen besser aus! Hm... Ich versteck mich! Tür zu! Ich bin sehr! Noch seh ich alle! Hey, Sepp! Sepp, lebst du noch? Ich leb noch, ja! Ich bin ja bei Jay! Ich glaub, Sepp ist es! Warte mal! Peter hat doch jetzt 30 Sekunden nicht geredet, weil er den Shop durchgekuckt hat! Warum bist du einfach davon nur vorbeigelaufen? Ey, die haben mich doch die ganze Zeit teleportiert! Dann haben die Leute... Peter ist schon wieder leiser geworden! Oh! Da ist gerade! Das ist Thomas, ist das! Alter, da ist gerade Thomas durch meinen Raum gefahren! Ich kann das nicht! Auf der anderen Seite vom Raum! Jetzt die Frage, wen hat er erwischt? Ich hab Bram und Christian noch gesehen! Das heißt, Jay und Sepp oder Sepp! Ich glaub, ich glaub... Also da keiner von den beiden redet, glaub ich, dass Jay noch lebt! Ich bin nur noch der Meinung, dass der Teleport Pete der Fiesling ist! Da ist Bram! Bram! Der ist unten im Keller! Hey, Christian, dance ein bisschen! Ja, seh ich ja nicht! Oh! Oh, Dalu! Dalu hat ihn weggemacht! Dalu safe! Jawoll! Peter ist leider an der Explosion gestorben! Klassiker? Hi! Warte kurz! Das ist doch assi! Das ist doch assi! Nein! Nein! Ja! Oh, ja! Nur Luck für Jay, schlecht von Dalu! Aber ich hab grad schon gesagt, ne, wir sind ja nach dem Urlaub und nach Gamescom und so, da kann man natürlich schon mal vergessen, dass es diese wunderschöne Bombe gibt, die jeder benutzt! Ich hätt's auch vergessen! Ist Peter bei euch auch leiser geworden? Peter ist leiser geworden! Peter ist bei mir leiser geworden! Ja, okay! Okay! Ich muss den jetzt wieder lauter machen! Peter, war da so laut! Ich müde Peter einfach! Peter? Ich mach wieder mich auf Standard! Was hast du denn gemacht, Peter? Peter hat sich gedacht, ich mach mich einfach mal leise! Scheiße, ich bin auf Standard! Scheiße! Dann muss ich jetzt minimieren! Bitte tötet mich nicht! Ich muss Peter lauter machen! Natürlich! Ich minimiere dann nach der Runde, weil ich sonst, äh, euch den Server... Ich minimiere gar nicht! Peter bleibt bei mir leiser! Ich minimiere minus 3! Ich mach mich mal auf 0, Peter! Wo geht das nicht? Sag mal was! Ich hab automatische Stimm-Normalisierung angehabt! Ähm... Ja, super! Das ist gut, das ist super! Ähm... Der Team ist ja voller Geister! Oh, Leute! Oh, Gott! Hallo! Peter hab ich alles richtig gemacht! Nichts umgesteckt! Sorry, Leute! Alter, jetzt ist der Lauf! Oh, jetzt ist Peter... Nein! Die automatische Stimm-Normalisierung! Ja, jetzt muss ich nächste Runde machen! Es hört mich keiner, weil alle lachen! Wer lacht? Peter! So! Ich lache! Da, du ist es! Da, du ist es! Da, du ist es! Ich hab ihn! Der ist nämlich ne Leiche! Der hat nämlich schon einen gekillt! Stray down ist down! Oh, was war das? Oh, da hat jemand einen Punkt gesetzt! Was ist das denn? Peter! Scheiße! Peter hat daneben gemessen! Peter her! War am! Ich hab ihn! Weiß! Wieso nicht? Du hast grad in 1 zum Jackal gemacht! Scheiße! Und damit gewinnen wir! Nein, Steph! Nein, du Ernst! Nein, du Ernst! Ich hab gesehen, wie Christa hochkam, ein Schuss auf Sepp, wieder umdreht! Nice! Ich dachte, du hast es gecheckt, Jay! Weil alle haben geredet! Sonst haben wirklich alle was gesagt! Ich hab's nicht gecheckt! So, Peter, magst du mir nochmal dein engelhaftes Stimmchen leihen? Hallo! Wunderschönen guten Tag! Boah, ist der laut! Jetzt ist er wieder laut! Peter hier! Kannst du dich mal bitte leiser machen! Ja, ist richtig nice! Was ist denn jetzt schon wieder? Du bist halt 10 von 10 laut geworden, mitten in der Aufnahme! Was soll ich denn jetzt machen? 12 von 7! 12 von 7! Hey, hallo! Ich will eine Waffung! Die Pfing! Sorry dafür! Einfach so ungefähr, also! Na? Was geht ab, ne? Alter! Bitte tue es nicht! Ich hab jetzt aber die Stimm-Normalisierung aus, Bram! Dafür klinge ich jetzt besser insgesamt! Na gut! Du klingst jetzt verschnüpfter! Hier ist der Schalter jetzt! Oh, danke, Bram! Welcher Schalter? Was? Für die Tür! Welche Tür? Ja! Die du gerade aktiviert hast! Oh shit! Wie kannst du das denn machen, Peter? Welche Tür denn? Wie? Was hast du jetzt vorgehabt? Da hinten im Anderenrauch! Gegenüber! Da! Hier! Hier! Escape! Ja, ich bin weg! Ich bin verlassen! Ja! Oh, Mist! Du bist nicht weg! Bram! Komm da raus! Ist mit Bram! Bram! Komm, ich mach einen Spaten-Kick auf die Tür! Warte! Bleib mal in der Ecke! Ich mach mal Spaten-Kick auf die Tür! Was war das? Das ist ein Blitz! Das ist ein Blitz! Das ist ein Blitz! Bram! Nicht hinter die Tür gehen! Lo, was? Ich wollte teleportieren! Hey! Wir sind immer in... Frösche! Das ist ein Blitz! Okay! Dalu, mach doch Christian! Der ist hier unten! Der ist hier unten! Du bist an ihm vorbeigelaufen! Wenn Jay nicht gelogen hat, ist es safe, Chris! Ganz einfach! Christian ist... Ne, hier Dalu! Hier! Hier lag gerade ein... Nein! Ich bin vergiftet! Hilf mir Sepp! Was bist du denn da? Peter ist Spektator! Den haben wir! Achtung! Der explodiert! Ich muss ihn schnell essen! Weg da! Ess ihn! Dalu ist! Ich kann ihn nicht essen! Warum nicht? Weiß ich nicht! Okay! Beide tot! Hm! Das ist ja doof! Hä? Also Sepp jetzt? Nein! Dalu wurde vergiftet und ist daran gestorben! Achso! Das mit dem Essen! Okay! Ja! Und Dalu wollte mit Vampir Christian essen! Hat aber irgendwie nicht... Wer hat den Weg vergiftet? Wie hat er den... Christian hat Dalu vergiftet! Christian hat Dalu vergiftet! Nicht du! Und du bist der einzige jetzt! Dann mach ich dich weg! Weiß ich nicht! Ich lebe noch! Ram! Ich lebe auch noch! Ach! Du lebst auch noch! Ja! Aber dein... Dein... Dein Dings ist schon richtig! Sebastian Lenzen! Such den gerade! Ich weiß nicht wo der ist! Ich weiß nicht wo der ist! Nee! Du wolltest gerade noch spielen! Und du hast darauf gehofft, dass dieser Buddy der explodiert ist! Wo du mich nicht hattest! Oder ich dich! Peters Buddy war glaube ich ein Fake Buddy! Ist explodiert! Aber der hat mich nicht getötet! Peters Buddy war ein Buddy! Also hier bei mir ist irgendwo einer! Naja der Bram schießt auf mich! Ja logischerweise! Macht ihr euch einfach mal! Willst du mich verarschen? Ich mach den Sieger von euch einfach! Da ist eine Melone geplatziert worden! Und getrunken worden! Okay der Trader ist hier! Hier unten! In dem Bücherraum glaube ich! Das war direkt bei mir! Wer ist denn da oben? Da ist ein Zug! Jay ist verkackt! Oh Gott ich seh ihn fast nicht! Bam! Oh der kommt wieder! Der kommt wieder! Ram! Wo kommst du denn wieder Jay? Wo kommst du denn wieder Jay? Unten? Woanders? Wo denn so? Oh Gott! Wo bin ich denn jetzt? Ich bin erst mal weg! Muss mich erst mal kurz ausrüsten! Das Bild so dunkel! Oh shit! Oh Gott! Da ist einer! Das ist nicht gut! Das ist nicht gut! Komm her Jay! Nein! Nein! Da war so eine dunkle Ecke! Aber dann ploppte sein Name auf! Das war echt Pech! Aber warum schreist du denn nachdem du teleportiert worden bist? Der muss im Keller gewesen sein! Ich hab gesagt im Klavier! Ich hab sogar nicht Keller gesagt! Es wäre egal wo er gewesen wäre! Weil ich die anderen beiden gesehen habe! Ja gut dann kann ich ja nicht riechen! Ich hab natürlich versucht richtig zu spielen! Wenn ich einfach in anderen Raum genannt habe! Ja das ist ja auch richtig gewesen! Aber es wäre egal was du gesagt hättest! Ja gut! Das kann ich natürlich nicht riechen! Dalu ist feier! Christian! Andere Frage! Warum teleportierst du mich? Echt mal! Wie kannst du nur? Der Brammenstein! Sag mir Bescheid dass ich mich duchen muss! Nein! Ich will keinen Spad! Achso! Ja bei der Chance bin ich einfach mal davon ausgegangen! Das ist Madness! Rechtsklick ist Madness! Ich bin nie ein Traitor! Was machst du jetzt da oben jetzt Zeit? Willst du auch abchillen? Ich bin doch Camper Jay! Joe! Darf ich ja wohl hier chillen! War Jay oder Camper Joe? Ist er Camper Jay? Ja weiß ich nicht! Das ist doch was Bram halt meint! Camper Jay Jay! Ich bin das was Bram halt meint! Ja! Warum sagt das doch immer? Camper Joe Junge! Ja da hat Licht nicht ausgemacht! Aber er war eher der größte Camper! Warum sollte ich auch das Licht ausmachen? Dann seh ich doch nix! Hallo! Wieso ist meine Mauch so langsam? Dalu und Chris! Und noch einen dritten! Wer ist der dritte? Hier ist kein dritter! Also da habe ich einen übersehen! Peter ist gerade nach oben gelaufen! Ne ich bin nach unten gelaufen! Meine ich ja! Na oben unten! Hier wer ist der Jay? Jay ist hier bei mir! Ganz schön zappen Duster hier! Ah ist es jetzt doch wieder dunkel geworden? Sind denn hier die Schottis? Ne die Map ist allgemein dunkel! Oh ich hab... Ich dachte ich renne gerade in eine Bärenpfanne Bramme! Ne ich bin... Spartaner wie du weißt! Du saß da oben auf der Treppe und ich dachte... Ne ich wollte wissen... Ich guck gerade ab nur wo man überall hin kann! Weil man kann hier oben auf die Balken drauf! Ja das ging aber schon vorher oder? Achso aber hier sogar einfacher! Genau hier gibt es halt ne Leider dafür! Und ne Turtle liegt da hinten! Ja! Aber ich weiß nicht ob das ne echte ist! Ist das ne echte? Ist das ne Stoffturtle? Ne ist keine echte! Du hast sie umgebracht! Ne sie lebt noch! Ich hab sie gekillt! Bram hat nen Turtle umgebracht! Die Turtle hat's nicht ins Wasser geschafft! Christian ist... Christian ist Dingens! Christian ist... Böse! Christian ist... Wie heißt denn der? Blaue! Christian hat TS-Connection verloren! Okay! Christian hat versucht mich mit Nadigel zu beschießen! Einen Schuss! Hat mich nicht getroffen! Okay! Bram auch! Bram ist auch der Blaue! Das war Bram nicht! Guck mal! Deswegen hat er da noch aufhört zu reden! Weil... Jakal! 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 So ist das genau! Aber Bram hat auch auf dich geschossen! Ich weiß, ich stoß da wieder ne Diskussion an, von der ich eigentlich nie wusste, dass die so krass ist! Also gerade auf der Alexa-Benzie ging die wieder los mit TS und Disco richtig fast! Ne, von wegen Sepp! Sepp war nicht! Sepp sehe ich die ganze Zeit nicht! Ne, da war das auch nicht! Hat der wirklich ein S gesagt? Der hat auch ein J gesagt! Ne, 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 ne! Der hat Sepp gesagt! Der hat angefangen mit Sepp! Aber Sepp steht da auf der Treppe! Ich glaube Bram hat einen gemacht! Der hat auch nicht! Meist du Bram hat sich selbst gekillt? Mit der... Der Lemon! Und wollte noch irgendeinen mitnehmen! Mit der Lemon! Ja, das kann sein! Hier ist die... Das ist ja die Scrollleuchter runtergefallen! Das war die... Ja, ich weiß! Da ist aber auch die One-Shot-Diegel gewesen! Ja! Ist die von unten gekommen oder von... Die war unten... Von dir nicht! Das ist jetzt natürlich doof! Ja, äh, achso! Äh, ja TS stützt laufend ab und ich... Ich bin fast schon... Oh! Ähm, hallo! Ja, wenn es dauernd abstürzt, ist es natürlich scheiße! Du musst halt laufen... Gerhard hat es wieder aufgehört! Äh, hast du das neueste Update installiert? Ja, ja, klar! Du musst ja... Der sagt ja, wir haben die Aktualisierung und... Das ist echt nervig! Das war echt mal die beste Plattform, aber die haben es irgendwie kaputt gemacht! Der Dalu hat den Zap gemacht oder umgekehrt! Ach! Ich glaube, Peter ist der andere, der Leute kaputt macht! Ich bin ein guter! Ah, ja! Sehr gut! Nooo! Ein guter Trailer! Sepp, sag mal... Sag mal... Das D nur ohne das E! Genau! Ah! Und dann war ich aber tot! Meiner hab ich nicht gekommen! Ah! Und dann war... Und dann war ich... Und dann war ich... Und dann war ich... Und dann war ich... Und dann war ich anders an als... Ich hab ein J gehört! Aber ich... Ey, das ist wie mit dem blauen Kleid! Was ist... Was haben wir wirklich gehört? Ein D oder ein S oder ein J? Können die Zuschauer mal genau sprachanalysieren, was man da so hört? Das Problem ist, die können zurückspulen, wir nicht! Ja, aber genau deshalb können die das ja mal machen! Es gab das doch auch mit dem Sound... Zurückspulen? Das ist super! Es gab doch diesen Gag mit dem Sound, was man da hört... Ah, ja! Da hat jemand versucht mich! Bram war's! Das war ne Golden Deagle! Nein, nein, nein! Es war ne Golden Deagle! Er wollte dich töten! Ja, oder so! Ja, Bram war Trader! Über dieses... Was? Nö, nö, nö! Ich dachte, er hätte mich beschossen! Hallo! Ja, warte! Da kommt keiner dran! Oh, was ist das denn? Echt? Warte! Die schießen wir noch richtig weg! Shit, da komm ich nicht dran! Da kommt Jay! Oh nein, der hat gleich einen Zug! Ja, irgendwas hat er gleich! Das wäre echt gut gewesen, der Zug! Oh, hier Chuchu ist böse! Wir sollten hier nicht alle bestehen! Ne, ich bin auch schon weg! Die Leiche kommt man eh nicht dran! Ja, Jay ist es da hin, Alter! Was hast du denn hier grad gewechselt? Na, Baseballschläger hat er sich geholt! Baseballschläger! Hat er sich geholt? Komm her, mach ich hier ja Rate auf dich! Kommst du mir, Dalu! Ich bin Junkie, davon hab ich genug! Okay, wer ist der andere böse Mann? Ich komm an die Leiche dran, aber die findet keiner! Außer du, Dalu und ich! Du, Dalu und ich? Ich find die zwei! Ja, der neue Film! Mit Sepp! Du, Dalu und ich! Das ist ja wie so ein Adam Sandler Film! Ja, ist es auch! In der Hauptrolle Kevin James! Boah, irgendeiner von euch ist da bestimmt auch noch hier so ein böser Sidekick! Ja, dann heißt, wir hätten ja dann noch drei böse! Ja! Dann hätten wir ja noch den Schakal, den Sidekick und den anderen Trailer! Moment! Bist du noch oben bei Tray, Sam? Wer ist denn da nicht Sidekick? Äh, ja, bin ich! Ich hab gerade dran gedacht! Ich hab gerade dran gedacht! Der Schakal ist der nicht Sidekick, Peter! Ja, aber wer ist der? Ich hab auch vier noch! Und dann heißt, wir haben noch einen Traitor, einen Schakal und einen Sidekick! Pass auf, wir seid da nur alleine oben! Nicht, dass er nicht fertig gemacht! Ja, wir sollten den Schakal und einen Sidekick überhaupt haben! Keine Ahnung! Ich bin Jäger, fällt mir gerade übrigens erstmal auf! Das wären ganz schön viele noch, die böse sind! Das heißt, ich werd jetzt schöne Trap legen, ihr Bitches! Oh Gott! Sei vorsichtig, Sam! Aber da hinten war der Leiter, ne? Da kann sich einer hinstehen! Alter! Alter, hier schießt einer richtig hart! Christian! Was war das denn? Was war das denn? Hä? Peter! Da war aber ein Hilfeschrei! Dalo, warum bist du eigentlich so ruhig? Überlegst du dir jetzt gerade einen Gameplan oder was ist das? Nee, ich hoffe, dass Sepp da oben sich im Schacht stellt! Dalo ist ein Buch erstellt! Im Schacht? Halt mich mal im Schacht! Nee, du und ich im Schacht gemeinsam! Ja, boah! Sexuell ist das, ey! Du, ich und der Schacht! Halt meinen Schacht im Schacht! Boah! Schon hart geil! Neuer Pornotitel, ne? Oh fuck! Warte mal! Der Schaft im Schacht! Was macht der da, Sepp? Der Schaft der Wahrheit! J, J möchte irgendwas... Blockieren! Nee, nee! Ich hab gerade Bramme... Boah, das war so geil! Christian, wieso sneaks du hier so rum? Christian hat Peter doch gemacht! Ich hab keine Schritte machen! Hallo! Peter hat doch Christian gerufen! Wollte ich grad sagen, ey! Denn Peter hat Christian gerufen, weil Peter Christian machen wollte! Also Christian ist hier! Christian, bleib hier! Wollte er sagen! Christian, Jay, geh mal vor! Geh du mal Christian machen! Scheiß geh ich Christian machen! Ich bin safe! Ja, das ist schön! Ja, opfer dich doch mal für die gute Seite! Ich opfer mich nicht! Ich warte einfach auf den Trailer, dass der seinen Arsch mal besiegt! Was bist denn du für ein Krieger, ey! Du bist voll der Trailer! Ich weiß noch gar nicht, ob Christian wirklich böse ist! Ja, natürlich der Peter gemacht! Hast du auch gehört bei diesem männlichen Schrei! Jetzt ist noch einer gestorben! Ja, gerade ist einer gestorben! Wer könnte das nur gewesen sein? Christian oder? Ja, muss ja Christian sein! Also es ist Dalu der Böse! Wieso? Hä? Ich oder was? Ich war der Böse! Ja, okay! Dalu hat mit mir hier Bram gemacht! Erzähl mir, wie das möglich war! Okay! Alles klar! Jay! Ja? Dann lebt Peter noch! Wir haben dich im Blick! Schon die ganze Zeit! Ja, Jay oder Christian! Je nachdem! BTS! Jetzt bin ich ganz verbiere! Ich hab hier echt lange für gebraucht! Oh, Dalu nice! Moment, das heißt, Peter ist der Böse! Also egal, wer jetzt noch lebt! Ja, genau! Oder einer von uns beiden ist Schakal aus Zepp sich! Oder Zepp könnte selber auch Schakal sein! Ja klar! Weil ich beschossen wurde! Ja, okay! Kannst du trotzdem Schakal sein? Nein, kann ich nicht! Okay! Ich bin nämlich ein Guder! Weil ich nämlich noch gar nicht Trader oder so! Eine Leiter gehört! Ja, das war ich! Jetzt die Frage, hat sich da unten... Also... Hast du einfach so geschossen? Jaja, ich hab einfach mal so reingehalten! Also Bram ist tot! Peter wurde von Christian gemacht! Das heißt, das Einzige, was wir gerade haben sterben hören können, war entweder eine Fake-Leiche oder Christian selbst! Ja, was machst du da? Wir gucken, ob die Leiche noch da liegt! Das heißt, wenn Christian wirklich tot ist, dann ist einer von uns noch böse! Mindestens einer! Ja! Ja, Dalu! Was ist los? Oder Sepp? Ja, genau! Ich mach meinen... Wir warten einfach erstmal! Ja, wir haben ja... Also dann hätte ich ja wohl Dalu, der die ganze Zeit da oben sitzt, von Lacker zu meinem Freund gemacht! Wenn wir uns einfach nicht bewegen, dass jeder einen im Visier haben kann! Dann sieht man ja, wenn einer Quatsch macht! Ja, ich weiß! Ja, ja! Aber ihr lauft die ganze Zeit! Das macht's natürlich ein bisschen schwieriger! Oh, was ist das denn? Achso! Ja, für dich als... Als... Ja, aber wenn jeder von uns auf den Kopf eines anderen... Sie kann keiner Quatsch machen! Doch! Ja, ja! Federt die Bären... Und wer sich zuerst bewegt, der kriegt direkt... Ich bin schon ganz woanders! Also Jay ist auf jeden Fall in Schwer! Die Bärenfalle mal aufgelöst! Ja, die Bärenfalle mal aufgelöst! Geben wir Backup eben! Müssen wir hin! Jay ist hier! Ich krieg die Leiche da nicht weg! Jay, die sind... Achso, nein! Jetzt! Okay! Ja, die Leiche ist komplett weg! Also da ist nix mehr zu machen! Das ist... Sven, wir ziehen das nicht so lang, oder Dalu? Und ist scheiß! Ja, aber von den beiden muss da noch einer leben! Das sind zwei... Ja, oder du bist n scheiß Schakal! Ja, genau! Oder ich bin n scheiß Schakal! Von denen... Die können sich doch nicht gegenseitig gemacht haben! Oder Dalu ist n scheiß Schakal! Lebt noch einer! Ich sag Christian, lebt noch! Ja, aber warum sollt ihr denn sich denn seit so Ewigkeiten über Blinge lassen? Keine Ahnung, der ist hier rum! Das ist mega röde! Wir könnten ein anderes System nutzen! Nein, machen wir nicht! Nein, das dürfen wir nicht nutzen, weil wir das nicht benutzen! Das glaub ich einfach nicht! Das ist doch... Sepp wartet du auf die... Weißt du, Sepp hat ne Überarbeit für uns beiden als Gegner! Ich warte darauf, dass ich gewonnen hab! Dalu... Ne, aber Sepp hätte mich erschossen, als ich die Leiche... Mach mich zum Zeitkick! Aber in die Füße, ja? Komm! In die Füße, wenn dann! Ich sag Christian, nehm noch! Ich hab nicht so viel Leben! Da ist er! Er kommt Treppe hoch! Jetzt! Du hast doch gesehen, weil du Schakal bist! Irgendwer hat eben gekauft! Warte, nicht auf mich! Er ist unsichtbar! Da, Luscher, Kai! Achso, er ist im Dead Ringer! Okay! Da, Luscher! Irgendwer hat eben gekauft! Ja, okay! Nice! Alter! Okay, ich hab mal... Ich hab mal ne Frage! Bitte, Christian! Sepp! Du hast Damage! Ja, ich hab 67 Damage, ja! Aber warum bist du nicht umgefallen? Ich war Trader und hab dich mit der Golden Deagle angeschossen! Das heißt, entweder hätt ich dich nicht getroffen, oder du hättest tot sein müssen! Ich hätt das halt mit einer anderen nicht fallen! Welche Klasse hattest du, Sepp? Ja! Innocent! Ja, nein! Achso, ähm... Sandman! Du bist wirklich ein Innocender! Sandman kriegt, glaub ich, nicht weniger Schaden! Also, der Spartaner, der stirbt nicht durch die Golden Deagle! Ach, wirklich? Weil, ich dachte mir grad, das war halt super komisch, dass der nicht umgefallen ist! Ich glaub, du hast einfach nicht gut getroffen worden! Ja, wie soll ich denn schlecht treffen? Die halbe Kugel hat nur getroffen! Scheiße! Ein Drittel der Kugel! Ich dachte dann, denn eins, was ich mir noch dachte, ist, dass du Jackal bist dann, und dass halt Jackal auch böse zählt, und deswegen gibt's nur normalen Damage, weißt du? Ich war halt wirklich kurz davor, einfach Sepp zu erschießen, ne? Ja, du bist auch noch Wurst! Oh, da wurde einer weggemacht! Oh, da wurde einer weggemacht! Wurde auch gleichzeitig einer weggemacht? Ne, ne, das war der, das war der Stirner! Der hat die oben geworfen, ich hab die unten abgekriegt! Find ich jetzt nicht so unfair! Ja, der hat dir die Treppe runtergeworfen, aber... Der hat einfach die Treppe runtergepisst! Ja, aber ich steh trotzdem nicht unter der... Also, ich steh unten drunter! Also, nicht an der Treppe! Finally! Finally, weg mit Pisse! Oh, Pisse! Alter, hab ich zu schnell! Wollte ein bisschen warten, aber dann wurde das irgendwann zu blöd! Ich hatte zwar nur 6 Minuten, aber... Uah! Das war knapp! Das war knapp! Hier ist eine Turtle in einer Badewanne! Da liegt ein Geschenk im Raum, Sepp! Mhm! Ich brauch keine Geschenke, ich hab alles, was ich im Leben brauch! Da war ein Diegelschuss gerade! Hey Bram, ich werd das jetzt einfach mal missachten, was du da gemacht hast! Ja, ja! Okay, dann mach dich das einfach auch nicht! Was hat Bram für'n Quatsch gemacht? Ich glaub, der hat schon noch Fehler geschossen! Oder daneben! Oder auch nicht! Komm, du lass mich jetzt nicht mit reinziehen, wenn ich das schon missachte extra! Fehler wurde sogar getroffen! Wahrscheinlich hat er dann nicht daneben! Ne, ich bin runtergefallen! Ach so! Du kriegst ja keinen Schaden von der Sidekick Diegel! Nicht? Kriegst du nicht einen Schaden? Nein, du kriegst keinen Schaden! Aber dann bist du nicht direkt! Einer ohne Scheiß! Oh Gott! Oh Gott! Da sind jetzt wahrscheinlich ein paar gestorben! Oben auf dem Dachboden! Ne, unten! Jay, kannst du nicht gewesen sein? Die war unten! Hä? Die ist, äh... Unten im Keller! Oh! Da wurde einer! Jay hat Christian gerade weggemacht im Lament! Versteh' dich nicht, Sepp! Naja! Ich versteh' dich wirklich nicht! Oh, das ist nicht gut! Ich leck' hier voll rum! Ich hab' immer noch Angst, in den Bärenfall zu traden! Oh Gott! Boah, der wird gedrückt! Boah, der wird gedrückt! Boah, der wird gedrückt! He! Nein, warum soll ich denn eine Halleluja schmeißen? Boah! Die kam wirklich fast! Die war wirklich im Keller hochgegangen! Also in der Mittellentale! Das war wirklich der Schakalschuss, der verfehlt hat! Oh ja! Aber Peter war auch mega smart! Weißt du, da steht da so, guckt da nach unten, wechselt irgendwie die Waffe, ich ziele, drückt ab und er läuft schon nach nix! Und ich denk' mir so, echt jetzt? Das ist immer so! Wenn du Zeit hast, auf jemanden ganz ruhig zu zielen, dann verfehlt man so häufig, weil er sich in dem Fall zu lange wartet! Ja, ich hab da eine andere Shotgun gesucht! Ja, da gab es irgendwie sowas! Ich dachte mir nur, wüchst du, das kann jetzt nicht wahr sein hier, oder? Dein krönes Umweg! Das sind immer mal die Schüsse Ziviler, die wir hatten! Wurde mal einer weggemacht, oder? Das hat Sepp auch jene runtergemacht! Ja, das stimmt! Deshalb bin ich auch immer innocent! Weil du dann sagst, weil sonst wärst du nicht innocent! Das klang aber... Hey, ich wollte grad spielen, oder? Ja, mach doch da! Nee, nicht für die Mühe! Ja, dann nicht! Dann spiel ich jetzt hier! Nee, auf dich geschossen hab ich! Ich geh jetzt aus dem Raum raus, Sam! Aber guck dir mal die Decker an! Ich find das mega geil, den Effekt! Oh, neuer! Hab ich noch einen Schuss, Bram? Ja, das ist dadurch, dass es so ein 2D-3D-Bildes sind. Ich hab noch einen Schuss wie eine andere Liga, ja! Ja, das stimmt! Das ist schon echt schön! Da jetzt ist einer erschossen worden! Wollte ich auch grad sagen! Da war ne Gold! Da, du warst du das?! Nein, hier ist keine Leiche! Vor meiner Nase ist da grad einer gewusstet! Ja! Es ist sowas von Jay! Du bist ja drüber gelaufen über die Leiche! Du bist du! Jay, Jay, Jason! Okay, macht euch! Macht euch! Ich hab grad vor meiner Nase erschossen! Du bist sogar drüber gerannt über die Leiche! Ich zieg die Waffe sogar hier! Ja, weil ich geguckt hab, wer den geschossen hat! Nämlich du! Ja, dann mach ihn doch! Einfach Jay, Jay, Jason! Dalu ist durch irgendeinen Weg gegangen! Ich bin durch ne Tür gegangen! Die gibt's auch bei dir zu Hause! Ja, da liegt irgendwas jetzt im Weg! Ein Pilz oder sowas, ey! Da geh ich nicht rein! Ja, lass ihn doch einfach! Ich bleib hier! Ich warte, bis ihr euch da gemacht habt! Ja, Dalu ist ziemlich safe, der Herr Böse! Herr Dalu, manchmal ist das aber auch nicht so viel, ne? Ja, ja, klar! Lebst du noch Sebastian? Ja, ich lebe auch noch! Noch! Christian kommt mich so verliebt an! Wir hätten eigentlich einen Stuhl zur Badewanne gestellt! Das ist mal unsichtbar geworden! Mysterious! Peter! Du Ganove! Peter, Jesus hat mit einer Golden Eagle auf mich geschossen! Das heißt, das war dein zweiter Schuss, Peter, ne? Wo ist denn der Peter? Wo ist denn der Peter? Wo ist denn der Peter? Nein, Dalu! Doch, das war dein zweiter Schuss! Du redest wirr! Das war dein zweiter Schuss! In dem Gang zu dem geheimen Ganggedöns! Er ist so gut wie tot! Der Toad! Wie wär's so gut? Er ist geplatzt! Okay, hast du ihn getrillert, Dalu? Das ist nicht nice! Peter... Warum ist das nicht nice? Peter ist so gut... Christian und Jay... Christian ist bei mir hier unten und hat gesagt, dass das nicht nice ist, dass Peter toll ist. Peter hier! Ja, okay, Christian ist es. Wo bist du denn, Christian? Ach, komm schon. Hab ihn. Er lebt noch. Ja, er kommt wieder. Wo war er denn? Er ist unten im G-Hoch nach oben. Geh hoch hinten nach oben. Ah, hier! Christian ist genau vorne gespawnt. Du hast dich genau in die Ecke gesetzt, Christian, wo Jay auch schon versucht hat, sich zu verstecken. Ja, aber ich war ja noch, ich war ja noch gekloakt. So, damit gibt es einen ersten Platz von Dalukat und Sebastian. Was? Doppelfüro, gleich Dalukat. Dalukat hat noch gleich gezogen, genau. Ja, das war's mit TTT für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis morgen. Tschüss. Immer. Auch. Jungen